2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 6, 8, 10. Zugangscode. Das wird auch kein langes Spiel, ich werde es nur auf jeden Fall holen, scheinbar mal gucken, ob ich es bei Release hole, aber es gibt dann zwei Spiele, die ich dann bei Release gerne spielen würde. So, die Boden 1 und 2 haben leider noch kein Release, die bilden die auch noch. Soll ich jetzt nochmal zurück oder kommt das jetzt? Wahrscheinlich kommt das jetzt. Hier musst du rüber. Siehst du die Leiter hinter mir? Ja. Broker die Leiter. Hier rüber springen, oh nö, Ohna hätte ich auch so rüber springen können. Kann ich da einfach rein? Ich komm nicht an die Leiter. Der Wasserpegel ist zu niedrig. Versuch's mit dem Brett. Das heißt, ich muss das Brett da hin? Okay. 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 Ich dachte schon, ich brauche das Brett nicht, aber... Muss ich doch verarschen jetzt sein. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ja, ich bin da. Ich bin da. Jetzt kann man die auch noch stelzen. Wir müssen durch das Gebäude. Leg die Fusionszelle mal da ein. Wenn das Spiel will, dass ich da reingehe, gehe ich natürlich noch nicht da rein. Ich habe das Gefühl, dass ich da reingehe, dass ich da reingehe, dass ich da reingehe. Ich habe das Gefühl, dass ich da reingehe, dass ich da reingehe, dass ich da reingehe. Das Ding ist kaputt oder wie? Ich will da rankommen. Ich habe das Gefühl, dass ich da reingehe, dass ich da reingehe. Ich habe das Gefühl, dass ich da reingehe, dass ich da reingehe. Ich habe das Gefühl, dass ich da reingehe, dass ich da reingehe. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin im Parieren und nicht besonders gut. Ich bin im Parieren und nicht so 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 gut. Versucht. Er ist gut. Ich bin auf der Weg. Ich bin ab und nicht so gut. das letzte wurde zerstört ich habe keinen zugang mehr zum datenlink der kolonie wir können uns nirgendwo hin zurückziehen ist das das werk des night bars der night bars ist die kolonie noch sicher was ist mit mother sphere ich habe jegliches zeitgefühl verloren denn nicht mal die uhrzeit passt sich noch automatisch an wenn ich bei verstand bleiben will muss ich meinen memory stick manuell bearbeiten in den kalendern nicht aus den augen zu verlieren das ist bestimmt dieser hihihi ja ich hab's vergessen das nächste mal schreibe ich mir sowas auf ich will die tipps nämlich nicht nutzen und ich mag es mit codes aufschreiben und dann auch ausführen so wie früher der schild geschützt während der schild aktiv ist wird der lebende schaden verringert schaden zerringerung nimmt mit höhere schutzstufe des schildes zu schutzstufe nimmt dampf nachdem der schild eine bestimmte schade abgefahren hat manche gegner werden ebenfalls durch ein schild geschützt der lebende schaden der gegner wird verringert solange das schild aktiv ist bestöre ich eure schilde um seine gegner zu betäuben und die fähigkeit die sie gerade verwenden zu unterbrechen er hat mich gesündet er hat mich gesündet ja wow 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 ja ja ack Komm ja. Komm mal. Ich kann ja nicht die Wungen gern nutzen. Und ersuch. Los. Was ist das hier? Das weißt du nicht? Das ist deine Karte. Eine Karte? Das überrascht mich aber, dass es hier ne deutsche Synchron gibt. Ah. Athena. Warte mal. Eins, zwei, drei. Zwei, zwei, drei. Gib dir ein bisschen mehr Mühe. Hast du nicht gesagt, du würdest mit mir zu für wen lächelt die Rose tanzen? Ja, das habe ich. Aber können wir ein bisschen langsamer machen? Voller Schönheit, voller Anmut. Ganz so, wie wir geboren wurden. Kleiner Schatz. Ich wurde nur zum Hacken gebaut. Mein Cyberspace ist meine Welt. Ich kann nicht wissen, wie man tanzt. Puh. Schon klar. Schon klar. Du bist gefährlich und süß und schwach. So, ich habe gewonnen. Schnell jetzt. Schnell. Soll ich an dem Stecker lecken? Was? Ah, gütiger Mother Sphere. Bitte vergib die Sünden deiner Tochter. Manchmal lohnt es sich, an irgendwelchen Punkten hochzuspringen. Oh, das war wohl mal eine Bibliothek. Sind die Kästen an der Wand Speichergeräte? Ja. Sie können nur einen Megabyte an Daten speichern. Was für eine Verschwendung. Die Kästen. Hahaha. Ich meine die Bücher. Ja, in Zukunft werden vielleicht Bücher wirklich nur noch so alte Reliquien sein. Fuck. Komm her. Päsen kann man dann ANY Der Krater ist tief. Er wird schwer zu überwinden sein. Können wir nicht runter? Wir müssen da rüber, durch das Parkhaus. Können wir mich verarschen? Du bist natürlich eine Statue, du auch. Kann ich den von hinten? Oh. 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 Was ist das? da müssen wir lang na wahrscheinlich können wir hier irgendwann zurück ist das mit ihr hier ein versorgungslager an so einem ort ein versorgungslager was ist das das ist ein lager von landetruppeinheiten die vor uns hier waren es scheint seit längerem verlassen zu sein wieso sollte man gerade hier ein lager errichten naja so ein versorgungslager ist eine wichtige basis aber wieso in einem parkhaus das könnte auch bedeuten dass es hier gefährlich ist so oder so dieser ort könnte nützlich für uns sein versorgungslager beinhalten mehr geräte als gewöhnliche lager nutze die reparatur katholos um waffen zu verstärken benutzungsanzahl des wieder auffüllbaren und trinksystems zu erhöhen und deine exospines verbessern und so ist kampffähigkeiten voranzubringen außerdem kannst du deine drohne verbessern nano-suits anfertigen und in anderen lagern schnell reisen erst mal muss ich das lager aktivieren finde ich zwar ein bisschen sinnlos weil die weil die münze genau vor ort ist aber vielleicht gibt sie irgendwann mal münzen woanders und man muss erst eine münze finden bevor man ein lager aktiviert vielen dank für deine hilfe nicht der rede wert allerdings habe ich alle exospine materialien aufgebraucht die ich über die jahre gesammelt hatte macht nichts dafür können wir einander jetzt helfen wir können den alphanitiber zusammen aufspülen und allein hätte ich hier draußen eh keine chance wenn du die halle der aufzeichnungen ist wäre mir damit schon geholfen klar doch kein thema ich verspreche dir ich werde mich revanchieren schnellreise ah ja ja du wirst hier hast du nein liegen eh availability wir sind stärker geworden und ich muss mich auch nicht entscheiden man muss einfach bestimmte sachen sammeln ich hasse es nämlich wenn ich so punkte bekommen und dann haben wir jetzt hier richtig jetzt und das war wenn der gegner einen tödlichen angebot hat ok die fähigkeit lernen wir mal wähle eine fähigkeit am terminal aus um sie zu trainieren du kannst auch fähigkeiten ausprobieren die du noch nicht gelernt hast wenn du noch nicht sehr kampf erprobt ist kannst du verschiedene fähigkeiten trainieren und ein kampfgeschick zu verbessern wenn ein gegner blau leuchtet und einen tödlichen angriff ausführt kannst du ihn mit blinzeln kontern wenn sich der gegner innerhalb der reichweite der fähigkeit befindet leuchtet ihr schwert in derselben farbe drücke rote kreis wenn ys schwert leuchtet um dich zum rücken des ziels zu bewegen und einen gegenangriff auszuführen oh das war nix komm mach was naja ich denke mal das krieg ich hin endlich können wir diesen blauen fähigkeiten ausweichen wünschte ich könnte alles von selbst aufheben da läuft draußen was rum das ist kein gewöhnlicher gegner das ist ein kopf kreis hat Oh ah. Oh ah. Oh wow. 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 That's not fun. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.